Herzlich Willkommen zum heutigen Adventskalender-Tipp. Grüße. Bernhard, hast du heute das Massage auch mitgebracht? Genau. Ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man in der Massage ist, gibt es solche Punkte, wenn nachher jemand drauf drückt, die extrem weh. Das sind sogenannte Trigger-Punkte. Auch in unserer Sprache gibt es sogenannte Trigger-Worte, die, wenn man diese braucht, etwas ganz Bestimmtes auslösen. Sie verraten aber auch viel über die Person, die die Trigger-Worte braucht. So wollen sie zum Beispiel immer, jedes Mal, schon wieder, nie. Die Tipp. Immer dann, wenn jemand so ein Wort braucht, fragt unbedingt nach. Denn das ist der direkte Weg zu seinen Bedürfnissen. Das ist ein guter Tipp. Danke. In diesem Sinn, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp. Die Tipps Die Tipps Die Tipps Die Tipps Untertitelung des ZDF, 2020